Hallo, liebe Zuseher, das ist ja eine ganz tolle Geschichte. Wir haben das Jahr, unsere Mitgliederversammlung und den Tarot-Sonntag, diesmal elektronisch. Wir können leider nichts tagen aufgrund der Corona-Pandemie, aber wir haben uns natürlich ganz tolle Sachen einfallen lassen. Und eins davon ist, und da freue ich mich persönlich, ganz toll, ein Interview mit Ernst Ott. Mein Name, Rohe, ich bin Sekretär vom Tarot-Verband und mit im Orga-Team. Hallo Ernst, guten Morgen. Hallo Rohe, hallo alle Zuschauer und Tarot-Fans, hallo. Ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass das geklappt hat, dass wir heute hier gemeinsam das Interview führen können. Und ich freue mich besonders, wir kennen uns seit der ersten Mitgliederversammlung in München damals noch, im Labus Lazuli, in dieser kleinen Steinbuchhandlung. Und dann höre ich dann an anderen, du warst ja auch einer der Referenten am internationalen Tarot-Kongress in Hamburg 2009, wo du einen sehr tollen, von dir eindrücklich gestalteten Vortrag gehalten hast, der mir noch sehr im Gedächtnis ist, wo du da auf der Bühne mit deinen Utensilien die Zuschauer gefangen hast. Ja, Ernst, du bist Gründungsmitglied, du bist das, und da freue ich mich besonders, du bist das männliche Gründungsmitglied, das noch im Verein ist, das noch dabei ist. Und mich würde so interessieren als Kartenleger, als Interessierter, wie bist denn du zu den Karten gekommen? Ohne ein spezielles Schlüsselerlebnis. Ich habe vor vielen Jahren, im letzten Jahrtausend, also Astrologie und viele andere Künste entdeckt. Damals gab es in den Buchhandlungen die Esoterik-Abteilung, da bin ich auf den Tarot gestossen, habe mir Karten gekauft und relativ bald gemerkt, einfach das Spiel mit Symbolen und Bildern, das liegt mir, das ist meine Sprache. Und habe dann so laienmäßig gelesen und wahrscheinlich auch die ersten Regen und Karten gezogen und dann im Buch nachgeschaut, wie das ja Einsteiger oft machen. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, das hat mich einfach begleitet, durch verschiedene Versuche auch, weil ich mich selbstständig mache. Und es ist einfach, Tarot ist mit Astrologie das Einzige, was ich wirklich kann und habe mich durch all die Jahrzehnte begleitet. Ja, auch erfolgreich kann. Ich habe mich noch ein bisschen schlau gemacht über dich in unserer Bücherwand und da habe ich Bücher gefunden, die du geschrieben hast. Eins, was vielleicht für die Zuseher besonders interessant ist, heißt Astrologie mit Tarot. Das ist natürlich mit dem Hintergrund ein bisschen lustig. Eines der Bücher, die für Tarotisten interessant ist, die dann ein bisschen über den Tellerrand drüber gucken wollen. Ein anderes, ja, vielleicht erinnerst du dich noch, das war einer deiner ersten Bücher, habe ich gelesen, das steht auch bei uns in der Bücherwand, Lebensweganalyse. Also nicht nur, du hast noch andere geschrieben, aber das sind die, die uns besonders wichtig sind und die haben da auch schon einige Ecken drinnen, weil wir sie immer wieder angreifen und drin lesen. Also das mit Astrologie mit Tarot, das hat so eines dieser Bücher über die Kombination dieser zwei Künste, weil ja fast alle Tarot-Experten auch offen sind für Astrologie und umgekehrt. Und da habe ich versucht, eine intelligente Kombination dann darzustellen. Ist dir gelungen? Ein Buch kann man empfehlen. Wir schreiben es dann auch in die Shownotes rein, damit die Teilnehmer und Zuhörer dann da vielleicht auch mal reinschnökern können. Ja, du bist Gründungsmitglied, haben wir heute schon wahrgenommen. Wie bist denn du zu dieser Gründung gekommen? Oder vielleicht noch, Herr Banzhaf, unser Gründervater, wie war denn das mit euch beiden? Kannst du da ein bisschen was erzählen? Ich habe ihn gekannt natürlich von Kongressen, von Vorträgen. Wir haben uns auch mal die Hand geschüttelt, hatten aber keine besondere Beziehung. Aber irgendwann, als der Tarotverband schon so ein bisschen auf den Schienen war, also die Vorbereitungssitzungen, irgendwann hat mich dann angerufen und gesagt, willst du doch nicht auch mitmachen? Und dann bin ich zu noch zwei, drei, vier Vorbereitungssitzungen. Die waren immer bei Haio und Fergit und man wurde immer bewirtet. Also das war immer so. Es war immer so. Ja, ja, also Stirlprinzip habe ich dann auch gedacht. Man wurde immer bewirtet und das war eine sehr schöne Zusammenarbeit. Wir haben alles Mögliche gesprochen, haben Prüfungen und so. Ja, und so war ich dann einfach sozusagen vorgesehen in diesem relativ kleinen Kreis, der sich ja dann an der Schloss Nymphelburg getroffen hat oder daneben. Schön. Wir haben ja das Jahr bedingt durch das letzte Jahr, wo eigentlich kein Tarot Sonntag stattgefunden hat, das Thema mitgenommen und das heißt, das ja wieder mit Tarot zu den Sternen greifen. Ja. Der Stern ist ja so eine der Mastermind-Karten im Tarot. Was ist denn da für dich so, wenn wir uns die Karte so ein bisschen vor Augen halten? Also weißt du, wenn du sagst, mit Tarot nach den Sternen greifen, da ist ja wirklich der Stern drauf, genau genommen die Sterne. Und ich habe schon eine besondere Beziehung zu der Karte. Also die weißen Leute mögen die, da geht ihr mir einfach aufs Herz auf, aber weil sie natürlich in gewissem Sinn meine beiden Hauptrichtungen verbindet, Astrologie ist ja doch nun die Deutung der Sterne, und es sind übrigens in fast allen Tarot-Dex, ich halte mal den Stern, wenn man das sehen kann, weil der so Goldwig schimmert, ist ja speziell von dem Oswald-Wirt-Tarot 1889. Und es sind in allen wirklich guten Tarot-Dex, sind immer sieben Sterne, gemeint die sieben Planeten unseres Sonnensystems, also die sieben sichtbaren Planeten, die schon immer da waren, und ein zentraler Stern, der fast immer für das Ganze steht, den Kosmos, den fölfstrahligen Tierkreis. Also da ist schon ein Bezug zum Himmel, jetzt nicht im Sinne von ein bisschen aus Fernrohr, sondern zu diesem astrologischen Himmel auch. Und mich hat auch sehr bewegt, jetzt halte ich noch eine Tarot-Karte in die Luft, dass bei den ältesten Tarot-Dex, das sehr oft, in diesen Visconti-Tarot-Dex und so, der Stern der Hoffnung ist, die ist nicht so nackt wie heute, und hat ein mit Sternen betünkteltes Kleid, die ist halt so eine Renaissance-Figur, die man damals gemalt hat, und greift tatsächlich nach einem Stern, also sie greift und wird, wie geht das so rum, greift wörtlich nach einem Stern mit einer Hand, um vier Finger denkt man, das ist so wie ein Gruß, also ein Gruß an den Kosmos, an das Höhere und ein starker Daumen, ein willensstarker Daumen, also versucht wirklich, den Stern zu, damit ist keine Hybris, nicht zu ergreifen, sondern zu begreifen. Sie orientiert sich am Stern und der Titel ist La Speranza, Hoffnung. Stern der Hoffnung. Hoffnung ist Stern, Sterne sind Hoffnung. Guckt Liebeslieder an oder was auch immer, Hoffnung gleich Stern. Also das ist da so etwas, was mich ja auch persönlich berührt. Ja, man merkt schon, wie du sagst, den einen geht so, das war schön und gefällt mir und ja, hohe Karte und was, aber da merkt man schon so, da ist eine Beziehung da zwischen dir und der Karte. Also das ist schon toll, das so mitzuerleben dürfen. Also wenn wir die Zeit haben, ich weiß es nicht, es gibt auch noch einen weiteren astrologischen Bezug vom Stern. Ich finde, der gestirnte Himmel ist von Alters her Uranus. Uranus ist der gestirnte Himmel, der Planet, der in der Mythologie über den Himmel regiert und der ja nun auch dem Wassermann zugeordnet ist. Wassermann, Uranus, Sternenhimmel, Bezug zu den Sternen. Urania ist die Muse der Sternkunde und Uranus ist auch der Planet, der eben unseren Berufsstand sozusagen beschützt, so wie wir den Heiligen, nämlich das Deuten von etwas Höherem. Und egal, ob man die Sterne in das Horoskop nimmt oder ob man diese weisen Symbolbilder nimmt, es ist etwas Höheres, etwas Symbolhaftes, etwas Geistiges und wir übersetzen das, wir deuten. Also Uranus ist der Gott, der Sternkunde und der Uranus hat nun, ich bin dann gleich fertig mit den Sternen, hat in der Astrologie einen spannenden Aspekt. Er hat in der Astrologie schon, also diesen positiven Aspekt, jeder Stern ist eine Idee, er regnet andauernd Sterne runter, alle Inspirationen, die wir haben, kommen von Uranus-Wassermann-Prinzip. Aber er hat in der Mythologie auch etwas Kaltes. Also er betrachtet die Welt immer von ganz weit oben, er hat diese erkennende Distanz, aber er ist nicht sehr emotional, also er kann auch sehr kühl sein, sehr, sehr, ach, das gebe ich nichts an, da will ich mich nicht einlassen, ich will keine Emotionen, ich will mich ja sogar auf die Realität nicht einlassen, sind so die Gefahren des Uranus-Prinzips, also eine kühle Sternenweisheit und seit dem Quattrocento, seit der Renaissance, der Erfindung des Tarot, gibt es eben einen weiblichen Uranus. Uranus ist etwas sehr Männliches, auch im Sinne von Patriarchal. Und gerade in der Darstellung ist sie wirklich sehr, sehr weiblich und sie steht auch unter Sternenideen, aber sie kann auch mit Wasser und Erde umgehen, mit den weiblichen Elementen. Er ist sozusagen ein Uranus ohne seine Gefühlskälte oder ist wirklich eine, die die Sterne herunterbringt und eben auch etwas Seelisches, etwas Warmes hat in der klaren Sommernacht. Also das sind so meine Gedanken zum Sternen. Ich finde, das muss raus, das muss gesagt sein. Ja, Dankeschön dafür. Wir wissen ja, weil wir alle so internetaffin sind und uns da immer so informieren, beim Dr. Google sage ich immer so schön, dass du noch andere Hobbys hast. Du bist ja nicht nur unterwegs mit einer sehr erfolgreichen Tarotschule in Karlsruhe, sondern du hast ja auch noch andere Hobbys. Na ja, also nebst der Astrologie. Ja, ja. Auch mein Hauptberuf ist, also ich komme schon von der Kunst und der Kultur her sehr. Ursprünglich komme ich aus der Schweiz, wie man hört. Aber auch seit 40 Jahren Kunstbürger. Ja, also für mich waren Musik und Kunst und Kultur sehr, sehr wichtig. Von daher hatte ich auch einen gewissen Umgang mit dem Thema Bildern und Musik wie so als Schwingungskunst. Also lange bevor ich mich auf diese spirituellen Dinge eingelassen habe. Und mir hat schon, ich verdanke meinen astrologischen Lehrern, meinen Tarot-Lehrern, Meio Wandschaff und vielen anderen, schon viel. Aber ich habe fast genauso viel gelernt, einfach von der Betrachtung der Kunst. Also von der Art, wie Künstler eben es fertigbringen, etwas Geistiges sozusagen rüberzubringen. Oder aus einem Bild etwas machen, was einen direkt berührt, was Lebenshilfe ist. Und letztlich ist das, was wir machen, das Fremdwort heißt Hermeneutik, den Kunst des Hermes Merkur, der eben einfach übersetzt, ein Übersetzer von Bildern, Symbolen, geistigen Inhalten. Ja. Du machst ja auch Reisen, wenn wir gleich bei dem Thema Kunst sind. Ja. Das ja sollte es in den Süden gehen, sofern das möglich ist. Ja, also die astrologische Romführung ist so eine ganz große Herzensgelegenheit von mir. Und ja, es ist geplant und gebucht und wir könnten noch stornieren, wenn irgendwelche Regierungen durchdrehen. Aber im August gehen wir fünf Tage rum und da gucken wir halt ein bisschen hintergründig natürlich, was da alles für Symbole ist. Nicht nur in den Kirchen, auch im antiken Rom. Wir gehen ein bisschen diesem Mithras-Kult nach, der ja eine Art astrologische Weltreligion war im alten Rom. Wir gehen ein bisschen auf den Spuren der Päpstin auch, der hohe Priesterin, der Papessa, der Päpstin, die es ja wohl wirklich mal gab im 9. Jahrhundert und ein paar wenige spannende Spuren sind noch zurückgeblieben von diesem allerersten Versuch im Christentum, eine weibliche Spiritualität an die Spitze zu setzen. Das ist ja präglich gescheitert, natürlich. Bis heute sind ja die Frauen nicht priesterwürdig, aber das sind alles schon spannende Dinge, weil Tarot und Astrologie natürlich keine Religion sind, aber doch spirituellen, individuellen Zugang zu hören bieten und Tarot ist eben per Definition nicht patriarchal. Es ist wirklich ein Spiel mit weich vielen Männern wie Frauen und es gibt weibliche Spiritualität, es gibt eine weibliche Päpstin, was damals revolutionär war auf den Karten. Das sind dann auch so Themen von dieser astrologischen Romreise. Das ist schön. Ernst, am Abschluss von unserem Gespräch, was möchtest du noch unseren Mitgliedern, aber auch unseren noch nicht Mitgliedern gern mitgeben? Ja, zieht Karten und lest nicht so viele Bücher dazu, sondern assoziiert selber, lasst euch in die Karten ein, redet mit ihnen, freut euch drüber, weil die Karten, also zumindest die meisten, Decks, also gerade so die Klassiker, das Pamela Coleman's Mystic, finde ich einfach das Praktikabelste, wo auch jemand, der nicht schon großes Wissen hat, diese Szene angucken kann, staunen wie ein Kind oder wie ein erwachsener Mensch, den man ein Geschenk gemacht hat, weil man ist plötzlich mit einer Szene des Menschseins konfrontiert, man ist irgendwie selber auf der Karte, aber es ist durch die märchenhafte Form noch ein bisschen verfremdet, das ist ein unglaublicher Spiegel zur Selbsterkenntnis. Und manchmal hat man unmittelbar erste Ideen und die sind oft wertvoller, als was in den Büchern steht. Und von daher würde ich einfach sagen, die Freude an den Bildern ist wichtig. Und dann sage ich noch was, den kollektiven Wunsch, ich habe das schon bei der Gründungssitzung damals, erinnere ich mich mal kurz, eingebracht, es gibt bei der UNO oder der UNESCO, ich weiß gar nicht mehr, das ist Weltkulturerbe und es gibt auch die Abteilung Immaterielles Weltkulturerbe. Ich finde, diese Schöpfung der Renaissance und der Neuzeit, das System des Tarot, obwohl es auf vergänglichen Pappkarten ist, ist wirklich ein Weltkulturerbe, ein allererstes Kulturgut des Abendlandes, um es einen bürokratischen Weg zu machen, das anerkennen zu lassen, aber dass wir dieses Bewusstsein doch auch haben. Wir gehen hier mit einem abendländischen Kulturerbe um. Herzlichen Dank für das Interview, lieber Ernst. Ja, gerne. Ich möchte mich bei dir bedanken für deine Zeit und ja, liebe Zuseher. Ich danke dir, Rohe, und wünsche uns allen das Beste mit unseren Karten. Ja, danke schön. Und euch wünschen wir weiterhin viel Spaß beim Tarot-Kongress, diesmal aus dem Virtuellen. Tschüss!